Ja, der Kampf startet, wir sind im Gefecht und dementsprechend legen wir doch los mit unserem Tier 5 Premium Schiff der Murmansk, einem Kreuzer, muss ich sagen zur Zeit so meine bevorzugte Klasse, macht ein bisschen Schaden, ist aber noch mobil dabei, also kann einfach ein bisschen allrounden, was viele sonst nicht so können und ja, gucken wir nochmal, die Geschwindigkeit ist ganz passabel mit knapp 30 Knoten, noch ein bisschen drüber und die Reichweite mit auch 15,7 ist auch okay, 33 sind sogar, Knoten meine ich natürlich, also von dem her hat man doch da ein Schiff, mit dem man was anfangen kann, jetzt bin ich gerade so gut gestartet, habe ja so einen Blitzstart, deswegen fahre ich direkt auf A, vielleicht ist nicht unbedingt die typischste Aktion, dass man mit einem Kreuzer sofort die Punktejagd loslegt und auch eher aggressiv, aber in dem Fall war der Start und die Startposition ist dann so perfekt, da hoffe ich doch mal, dass es gut geht, schade, dass die ISO-Katze nicht für B geht, das wäre jetzt sinnvoller, weil so fahren wir jetzt beide auf A scheinbar, Flugzeugträger deckt jetzt hier gleich auf, da starte ich doch mal meine, nein, ein abgeschossen, das hat getroffen leider, ich warte uns noch ab, bis der nächste Jahr eintrudelt, sonst würde ich jetzt richtig lange brennen, da ist eine Kuma, da ist hier verhältnismäßig sehr viel an Gegnern und sehr wenig an eigenem Team, es wäre jetzt nicht leicht, definitiv nicht, jetzt bin ich ja doch ganz froh, dass die ISO-Katze hier am Start ist, so schnell die Torpedos losschicken und jetzt auf die Kuma erst dagegen schon mal ganz gut in die Zitadelle nochmal so, ich habe mir sowas schon fast erwartet, deswegen bin ich jetzt in die Insel gestoßen, diesmal absichtlich so, und jetzt ist die Kuma zumindest mal weg immer noch nicht gibt es ja nicht jetzt aber die Minikatze hier leider länger als eigentlich gewollt, ich habe es da nicht gar nicht so drauf konzentriert, dass ich schon wieder löschen konnte jetzt werde ich mich mir auch hier verdünnisieren, solange kein Backup da ist ist das noch nicht wirklich förderlich deswegen hier das Glück in der Entfernung suchen da ist jetzt die Minikatze habe ich jetzt zumindest schon mal den Torpedo kaputt geschossen jetzt behaken wir sie noch weiter ein bisschen da ist der nächste so, die konnte ich doch beide schon mal ganz gut beackern aber jetzt muss ich hier auch dabei bleiben weil sonst haben die nämlich alle leider gar keine Chance wieso Katze hier weiter bisschen ärgern wir kommen gut ja, sehr wichtig die Wyoming ist da jetzt auch weg war es eine gute Aktion jetzt auch noch den Punkt einnehmen und vielleicht auch direkt Richtung Bogue fahren jetzt haben wir auch den Punkt die Bogue wird natürlich wegfahren die wird jetzt ihr Glück da Richtung Murmansk, Fuso, Föse, Phoenix und so weiter und so fort suchen sieht so aus, als ob die Kawachi AFK ist da unten jetzt nur nicht zu aggressiv spielen weil je nachdem man sieht ja auf der Karte schon ganz gut dass die Gegner alle tendenziell abgedreht haben und ich will jetzt nicht hier der Erste sein, der auf die alle aufläuft die sind am Zugzwang wir haben alle Punkte und da brauchen wir da auch nicht noch jetzt in vier Schlachter reinfahren beziehungsweise drei und gerade man darf nicht vergessen wir haben auch noch einen AFKler und somit steht es dann auch ausgeglichen da hinten ist eine Phoenix für die kann ich dann tendenziell mehr dann doch eher AP laden und da ist die Bogue die lade ich aber wiederum HE nur nicht jetzt zu krass ne ich bleib auf der ich dreh hier ab das ist mir zu risky zu viele Gegner die tendenzieller Reichweite wären deswegen wird jetzt hier auf die Phoenix gegangen sobald sie hinter der Insel auftaucht bekommt sie erstmal eine Schelle Schelle hat noch nicht geklappt aber ich nähere mich langsam dem Grad dass ich sie erreiche und das hat es ja doch noch geklappt schön ist einfach die Reload Zeit bei dem Schiff so und wir treffen sie so langsam aber sicher oh da ist jetzt noch die Arkansas so und da kommt jetzt gleich die Moments rum die begrüßen wir mal mit Torpedos so und wir haben hier so so wir haben hier so jetzt müssen wir aufpassen auf die insel mein größter gegner fast in dem spiel so einmal die zitadelle getroffen und weg gemacht es war ein ganz guter hit und jetzt werden auf die arkansas gehen aber die werde ich versuchen von hinten zu nehmen wobei die zeit ist knapp das gefecht ist so gut wie rum ne wir fahren doch vorne rum wenn wir glück haben machten gegner noch einen von uns weg dass ich noch ein bisschen schaden machen kann aber in der tendenz ist das spiel hier rum soja noch mal ein auf die bau geben können so wo ist die arkansas das wird sie gleich rum kommen wenn ein bisschen clever schießt jetzt auch auf mich aber das ist er nicht die schussfolge ist wie gesagt sehr sehr schön in brand gesteckt und noch mal deswegen muss ich sagen wenn ich die kreuze aktuell so nervig in dem spiel und beziehungsweise so penetrant wir halten jetzt weiter auf sie drauf das schaden jetzt hat er als hat die arkansas noch wie die ding weg gemacht aber da war es das da hat der torpedo noch mal zugeschlagen und jetzt werden wir noch mal schauen wo die bog ist zumindest lol also ich werde nicht aufhören he in den battleship also er meint wohl dass man als schlachtschiff keine he schießen sollte das wäre es dann richtig ich dachte schon er meint mich so wie gesagt jetzt fahren wir doch den cap durch und dann war es eine sehr schöne runde und ich bin sehr gespannt was das an premium ausbeute bringen wird weil die runde war wirklich sehr sehr gut das kann man glaube ich so lassen und so hinnehmen mit elf zitadellentreffer 102 treffern drei zerstörten schiffen ein torpedos ein bisschen brand ein bisschen flugzeug und unterstützer da war wirklich so eigentlich alles dabei wenn man aufklärer los schickt vielleicht findet er mir mal noch den damit habe ich auch eine längere reichweite aber ich glaube außer spesen nichts gewesen da werde ich nichts mehr finden die letzten sechs tickets noch ein flugzeug hole ich noch runter und da war es das jetzt bin ich durchaus gespannt müsste eine gute runde gewesen sein oh ja 350.000 gab es raus es war der tagesieg es waren aber doch knappe 2000 xp die hier geholt habe und ich glaube da kann man durchaus sagen mit knapp 70.000 schaden für einen tier fünfer ist das eine sehr schöne runde gewesen ja ich hoffe euch hat es gefallen ich wünsche euch alles gute bis zum nächsten mal euer alkaramba